habe ich das von abgehakt nein selbstverständlich nicht nicht da hier hau ich den mal an nein das wollte ich nicht ja dann brauche ich mal barry kollege mal gucken mal gucken ob der vielleicht da mehr mir zu erzählen hat darüber es regnet nicht so schlimm es wird alle beobachten sich gegenseitig wir kommen den meldungen über verdächtiges verhalten gar nicht hinterher hat er nicht schade checken können kann ich hier in den terminal nein kann ich nix und gar nicht nachrichten überprüfen nachrichten überprüfen kann ich ja nicht einfach so ne hier manche victus hat ein kriegsgipfel einberufen blablabla blablabla dann müssen sie mir sagen sagen lassen schiff okay eine ärztin auf der seite benötigt eine neue medie formel wenn sie neue formel und bringen sie okay das hatten wir eben das zitterte benötigt neue wärme finden 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 in der sache auf der seite sucht nach blablabla sind die blablabla natürlich hier ist aber sonst nix die thurianischen truppensteuerung weigern die sich hier zu helfen wenn die möglichkeit besteht dass mein sohn will ja ja sonst ist hier wirklich nix ich kann ja nochmal nach ganz hinten gehen oder nochmal in dieses waffen dingens das war hier ja ach kacke hier hinten vielleicht nein jetzt gehe ich mal hierhin ich guck mal was passiert mal gucken aber noch eine tür habe ich gerade gesehen am eingang sozusagen kann ich meine waffen modifizieren na guck feuergeschwindigkeit ist doch kacke modifizieren und wir haben vier sogar ist das präzisions am arsch um ursch so ist doch das dreier schuss das will ich ja nicht so was will ich bitte und bitte jawohl kann ich nur tüte machen so ein ziel und das ist eins mit schild okay wenn ich ein bisschen riebe schießt so wie wenn ich einen kopf schießt ist er tot also ich weiß ja auch nicht komisch dann muss ich irgendwo hin wo ich meine nachrichten abgreifen kann ähm das kann ich ja glaube ich nur auf den normandy ne ja dann dann habe ich wohl pech gehabt würde ich mal sagen dann gehe ich jetzt wieder zu normandy ich könnte aber auch mal in den wartebereich gehen und mal gucken mal gucken ob wir hier vielleicht neue gesichter finden oder vielleicht auch alte gesichter wer weiß mann mann ist ja nie sehr gut hallo arschloch wirklich du kannst du mal ficken gehen geh doch alle mal kacken hier weißt du was was wollte mich erzählen nein gut siehst du scheiße aus so mal gucken vielleicht der typ ja hier dass ich dem sagen kann ey alter jo da das geht aber so nicht ne du da heißt nicht mensch ich bin Commander Shepard oh was haben wir hier cool waffen treten sie für ihr volk ein mit batarian state arms oh ja handschuhe die weg guck mal hier so eine pfitte panzerung hier das ist ein geiles ding ah komm ich kauf dir jetzt lecker wir verteidigen die hegemonie schrute flinte schrute flinte schrute flinte treten sie für ihr volk ein durch schluck ach ne so gehen wir mal weiter in den nächsten bereich yeah man bin ich gut hier sind wir echt nüscht ne das ist ja echt kacke aber irgendwie muss es ja irgendwo weiter gehen wenn nicht muss ich ne mission machen haupt mission statt hier diese neben gedöns kacke ähm was mit dir ich habe die kontrolle über eclipse übernommen wir wollen mit aria zusammenarbeiten schön guck mal da bin ich so klinge ich doch nicht wirklich egal so dann müssen wir halt wirklich wieder zu normandy zurück gehen hier anders sonst ist ja hier nix mehr hier vielleicht auch nicht komisch das ist echt komisch das ist seltsam komisch und sehr merkwürdig da und so so nüchzt wenn ich mit dir krasseln mit dir und ich na gut dann so nomen die zurück schönes schiff die nummer in die einzelne sehr schön aus und weil es nur lackierungs mäßig was verändert hat das habe ja gesehen wo ich bilder gesucht habe dafür so nachrichten nachrichten können die neuen nachrichten dann next mission wieder raus hier wieder zum massenportal und dann entweder ich hier treffen wir diplomaten oder artefakte finden oder hier oben so ist ja wo ich glaube wir suchen mal artefakte wie lange ist 28 prozent 70 prozent können wir denn hier nach ich kann nicht wieder noch skin mhm mhm hier gibt es nichts ist hier echt nicht 60 prozent zack müssen wir aufpassen hier unten fliegen oder so ist nicht dann geht es wieder zurück das reicht es wird es wird eng irgendwo tanken natürlich nicht warum genau wer quatsch na dann gehen wir hier wusch da komme ich leider nicht hin richtig das heißt ich muss erst mal mir sprit besorgen und das war glaube ich hier ich wäre ich glaube hier war das hier war die tankstelle nein hier ist nicht die tankstelle war denn die tankstelle man will tanken raus was doch hier näher eben so hm wo kann ich tanken hier irgendwo muss man ja tanken können irgendwo irgendwo ist die tankstelle fliegende tankstelle treibstoffdepot haha kann halt immer nur tausend tanken das ist ja das ist ja nicht für mich nicht mit denen treffen ich will artefakte finden so sorry das letzte dummer kommt aber ich kann da nicht überspringen einfach das ist heute blöde das nervt mich ja silber da ist der marsch der welt also hier wie soll ich diese artefakte finden signal bestätigt scannen da jack was hat man sich jetzt gewonnen schwarzmarkt auf der fucht okay jetzt müssen wir erstmal wieder abhauen wow scheiße 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 ölg sprung erfolgreich hm hm ne ich muss wieder zurück ich muss nochmal auftanken hm wie jetzt hm ihr seid doch arschlöcher so so muss ich wieder hier hin es ist doch kacke immer dieses hin und her gehüpfen es gibt ja nicht überall so einen tankpunkt ich scanne noch so nebenbei vielleicht findet man ja was aber warum auch ist ja quatsch wenn man was findet so so zack boah alles nervig ö ö was warst du jetzt mit denen alles war ja hier irgendwo ne und autobachte finden tja sehr lustig so meine hier da 100 tipp tipp 42 guck mal da mal was finden wutsch gemein alter das viel gefunden reibstoff und hier müssen wir das kennen sonde hin und ich glaube das ist nicht so gut natürlich müssen die gleich angekommen kommen hier die fixer hier wir sind mega schnell so dann ab da oben hallo ja mich überbieter rollen oder so gehen wir jetzt mal zu einer mission treffen mit diplomaten oder servo ist labor petra nebel wie unter die petra im nebel oder wie jetzt petra wohnt im nebel ist der bescheid leute das ist ja das vorhin dran das könnte es ja mal abscannen er wird aber nichts sein denke ich mal weil sie halt eine mission ist oder war da ist wirklich nix natürlich doof wieso kann man denn kommen man kann hier und mehr aber auch nicht das auto können sie doch weg machen das icon ist ja auch behindert naja so wir wollen jetzt treffen uns mal die tue nochmals gehen aber ich glaube dass hier echt wieder nix ist warum bei hier eine mission ist so wieder aufgetankt echt nix na gut so